Hallo und willkommen zurück hier bei Fallout 4 und wieder mal beweist dieses Spiel, dass man, ja, wenn man einfach auf Erkundungstur geht, man über das eine oder andere sehr interessante stolpern kann, wie zum Beispiel hier die Cambridge Polymer Labs. Die soll man nämlich machen und optional, finde eine andere Möglichkeit, um aus dem Labor zu entkommen, schließe das Forschungsprojekt ab. Also, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten, andere Möglichkeiten zum Entkommen suchen oder das Forschungsprojekt abschließen. Ich bin ja ganz ehrlich, mich interessiert das Forschungsprojekt. Ich meine, hallo? So, da haben wir Erics Terminal, das werden wir schon brauchen, um das Ganze zu lösen. Ähm. 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 Ich höre hier irgendwas wandern. Aber erstmal gut. Ich hoffe mal, wir bleiben erstmal verschont. Aber was haben wir denn hier? Ähm. Was ist denn das? Oh, ein Schädel. So, gehen wir mal ins Terminal. Cambridge Polymer Labs. Benutzer Dr. Erika Elwood-Vulum ist angemeldet. Projekt zur nukleativen Auskleidung. Projekt zur nukleostriktiven Auskleidung. Meine Güte. Projekthypothese. Erste Studien lassen uns davon ausgehen, dass mit dem, bitte was, piezoelektrischen Material Blei... Alter. Bleititanzirkonoxid. Meine Güte. PZT halt. Und einem Polymer aus Gold und Lithiumhydrid. Eine lokale Umwandlung von Ionisationsstrahlung in elektrische Energie möglich sein könnte. Puh. Also, wenn das einer auf Anhieb sauber vorliest, Respekt. Ähm. Diese Methode der Energiegewinnung ist sehr platzsparen und eignet sich daher gut für existierenden, existierenden Powerausrüstung der US Army. Ich bin ganz ehrlich, jetzt gerade habe ich noch mehr Lust, das Ding abzuschließen. Ähm. Gut. Wärmeableitung. Was haben wir denn hier? Erste Tests haben gezeigt, dass die Methodik vernünftig ist. Die radioaktive Energieausbeute ist 15 mal höher als bei aktuellen Fusionsbetrieben für Fahrzeuge. Leider gibt es noch verschiedene Probleme zu lösen. Die Ionen, äh, Ionenanregung in Gold. Durch die die verwundbaren Elektronen erzeugt werden, erzeugt einen Stau der abgeführten Wärme. Von einem Makrostandpunkt aus betrachtet ist das nur unbedeutend. Aufgrund des geringen Schermoduls löst sich das Gold in Nanogewebe, allerdings unter schwerer Belastung schnell auf. Wir werden versuchen, das Dosierungsmuster des Goldes zu verändern, um dünnere Fäden im Material zu erhalten. Die vergrößerte Oberfläche dürfte bei der Ableitung der Wärmeenergie behilflich sein. Im Grunde genommen wie bei einem Kühlkörper. Okay. Äh, Zugbelastung. Mit den neuen Dosierungsmustern können wir die durch die Reaktion erzeugte Wärme erfolgreich ableiten. Die Ausbaueffizienz ist ein klein wenig gesunken, allerdings können wir die Haltbarkeit des statischen Materials von einigen Tagen auf mehrere Jahre erhöhen. Obwohl das aus unserer Perspektive bereits ein erfolgreiches Experiment ist, erfordern die Projektparameter eine flexible Auskleidung, die an einer Powerrüstung angebracht werden kann. Anscheinend haben wir die Zugbelastung durch die Rüstung unterschätzt und das dünnere Goldgewebe im Material wird bei massivem Einsatz sozusagen in Fetzen gerissen. Colonel Camp war nicht gerade erfreut und drohte uns den Geldhahn zuzudrehen. Wenn wir die versprochenen Ergebnisse nicht liefern können, also müssen wir zum dickeren Gewebe zurückkehren und eine andere Möglichkeit finden, das Problem der Wärmeableitung zu lösen. Okay, es geht also. Die Wärme scheint ein Problem zu sein in der Falle. Wir sitzen jetzt seit mehreren Tagen im Labor fest und die Spannungen nehmen zu. Das Team ist uneins und verliert den Zusammenhalt. Die Leute wissen nicht, was draußen vor sich geht und haben Versuche unternommen, aus dem Labor zu fliehen. Während ich schlief, konnten sie ein Loch in die dünnere Innenwand des Reinraums schneiden. Durch die gehärtete Außenwand sind sie aber nicht gekommen. Will redet mit einigen der anderen drüber, das Problem aus einer schrägeren Perspektive anzugehen. Das hat mich dazu gebracht, über die Wärmeableitung nachzudenken und plötzlich dämmerte mir es. Wenn wir die Dinosierungsmüster dahingehend ändern, dass Nanolöcher nicht senkrecht zur Oberfläche, sondern angewinkelt erzeugt werden, könnten wir die meist direkt aufeinandertreffenden Partikel reflektieren und nur diejenigen fangen, die schräg auf das Material auftreffen. Wir werden eine niedrigere Energieausbeute erzielen, aber die Probleme mit der Wärmeableitung könnten gelöst sein. Tom, Mary und ich werden die für einen Test benötigten Proben sammeln. Okay, ganz nah dran. Also, so wie es ihr anhört, hier wollten die schon welche flüchten. Es war wohl alles nach dem ganzen Krieg oder nach dem Ausbruch des Krieges und ja, die wollten hier irgendwie eine Powerausrüstung erstellen, die deutlich besser ist als die, die es bisher gibt. Wir konnten die zum Testen des neuen Dosierungsmusters benötigten Proben nicht sammeln. Will hat sich in einem der Labore verschanzt und versucht, die Verwaltungssysteme zu hacken. Als wir das benötigte U238 aus dem Isotopeindämmung holen wollten, riegelte er sie ab und Mary war im Inneren gefangen. Er sagte, er würde die Verteidigungssysteme der Anlage so einstellen, dass es aussehe, als wäre jemand in das Labor eingedrungen. Dadurch wird der Rheinraum entriegelt. Allerdings aktiviert sich auch die automatische Verteidigung und sieht uns als Angreifer. Er will sich den Weg nach draußen freikämpfen, aber das ist Selbstmord. Er ist der Einzige im Labor mit einer militärischen Ausbildung und wir haben noch nicht mal richtige Waffen. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass wir das Projekt abschließen können, dass wir jetzt die Antworten kennen. Aber er weigert sich, Vernunft anzunehmen und glaubt nicht, dass John uns wirklich rauslassen wird. Wir konnten einen Teil der Decke in C1 zerlegen, um die Zwischendecke entlang zu kriechen. Das bringt uns nicht nach draußen, aber es müsste reichen, um über das Labor zu gelangen, in dem Will sich verbarrikadiert hat. Das gefällt mir nicht, aber wir müssen ihm zuvor kommen. Ähm, war das alles? Ich hab jetzt gar nicht geguckt. Moment, nochmal rein. Okay, ähm, das war also das Projekt und jetzt haben wir hier interner Mail-Transfer-Benutzer. Äh, okay, Bergmann. Ich hole uns raus, vertraulich. Bergmann von 78. Ähm, ich lasse nicht zu, dass John sich weiter wie ein Tyrann aufführt. Die Isotopsicherung ist fehlerhaft und er lässt uns trotzdem nicht hier raus. Ich habe seine aktualisierte Sicherheits-Subroutine geknackt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich die Kontrolle über die Anlagenverteilungssysteme übernehmen kann. Es ist so, äh, er ist so sehr damit beschäftigt, mich von dem Reihenraumsteuerung fernzuhalten, dass ihm vermutlich nicht mal aufgefallen ist, dass ich bei einer Kompl- was? Kompromittierung der Anlage alle Türen öffnen, damit die Roboter hineinkönnen. Wir kämpfen uns den Weg hier raus und, äh, dann kümmere ich mich um deinen Mann. Well. Äh, Elwood, vertraue dich. Okay. Erika, ich habe dem Team eine Erklärung geschickt, aber du musst wissen, was wirklich los ist. Bitte erzähl niemandem davon. Es könnte sonst einen Panik auslösen. Ich habe heute morgen einen Auf-Anruf von Colonel Camp bekommen. Er hat mir gesagt, dass ich das Team im Labor vorhalten soll. Bevor ich Fragen stellen konnte, hat er wieder aufgelegt, das Geräusch, das ihr von draußen gehört habt, war eine Atombombe. Sie scheint den südwestlichen Teil der Stadt getroffen zu haben. Das Telefonnetz ist überlastet, aber ich habe einen Weg gefunden, Camps Verteidigungsoffizier zu erreichen. Er meinte, dass sie nur dann eine Truppe abstellen können, um uns in Sicherheit beizubringen, wenn wir wichtige militärische und geheimdienstliche Informationen besitzen. Deshalb müsst ihr das Projekt unbedingt zu Ende bringen. Ich liebe dich und ich weiß, dass du es schaffen kannst. John. Äh, verpflichtende Überstunden. Guten Morgen allerseits. Ich weiß, dass ihr alle über Nacht hier wart und sicherlich müde seid, aber ich muss euch leider bitten, noch etwas länger zu bleiben. Dr. Elwood Wulu meinte, dass ihr kurz davor steht, das Problem mit dem Projekt zur nukleostruktiven Auskleidung zu lösen. Und ich glaube, dass heute der größte Tag sein wird. Neben der normalen Snacks wollte ich euch noch etwas mehr bieten. Daher habe ich jemanden zu Slokams Joe geschickt, um Kaffee und Donuts zu holen. Heute Nachmittag bestellen wir dann bei Spookies. Äh, ich habe außerdem einen Anruf von Colin in Camp erhalten. Er wird mich darüber informiert. Was? Der mich darüber informiert hat, dass heute überall in der Stadt ein Manöver abgehalten wird. Wenn ihr also Panzer oder Schüsse hört, macht euch keine Sorgen. Das ist nur eine Übung. Na dann. Die Infos hätten wir. Wir wissen also, worum es geht, soweit. Mal sehen, was wir hier machen. Puhle Applikator benutzen. Eigentum, Chemisch-Belett, Gerätestatus, Systemfehler, Isotopmenge unterhalb des Minimalwertsgerät kann zur Zeit nicht benutzt werden. Okay, äh... Ähm, bitte was? Ausgangsrekannt links keine, rechts keine, Isotop keine. Aktuelle Durchführung Vorgänge, aktuelle... Äh, ja, nix besonderes. Gut. Äh, pressmuster, Nanogewebe, 1141, Leafs 4 Modrät, Gold, Ergebnis aus Metallform 2,1 aufbringen, Bestrahlungsnummer starten, Isotop ausgeben, Ende. Okay. Ähm, okay, jetzt muss ich erstmal checken, wie das Ganze... Ein-Kammer. Wie immer denn, die Isotopäer? Zumal hier. Eine Probe. Ähm... Okay, hier kann man die Residen... Probe 1. Okay, wir brauchen noch so ein Ding. Um das nächste herzustellen. Ich habe aber keine Ahnung, wo das Ding jetzt ist. Und sprich, die werden wir auf jeden Fall brauchen, um das hier zu Ende zu führen. Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Was ist das hier überhaupt? Was war das? Oh! Wir haben Besuch von einem Ghoul. Habe ich gesagt, von einem Ghoul? Irgendwie sind es ein paar mehr Ghoul gerade. Und da kommt noch einer. Ist hier gerade eine Armee an Ghoul hier. Da läuft aber ganz gut. Und da kommt noch ein Ghoul. Ist hier gerade hier... Wie auf dem... Lemming-Markt. Also, sag mal... Haben wir es jetzt? Silbergabel, na dann. Kronkorken, Blechdose. Können wir auch mitnehmen. Kronkorken, Maubus-Zähne, Kaffeetasse. Malpinsel und ich höre da draußen immer noch was. Du, Drecksvieh. Sehr brav, Dogme. Ich mache Platz. Jawoll, Dogme. Braver Hund. So, gehen wir erstmal hier raus, würde ich sagen. Schauen wir uns hier erstmal um. Okay, hier wird es radioaktiv. Eher suboptimal, würde ich mal sagen. Meine Fresse. Ganz schön, was ist los hier? Ein Spachtel. Packen wir mal mit ein. Was haben wir hier liegen? Klebeband. Da gibt es auch noch was zu holen. Komm mal da rein, kommen wir natürlich rein. Was haben wir denn hier? Wir haben hier gerollte Boston Bugle. Nehmen wir einfach mal mit. Einen Stift, nehmen wir auch mal mit. Könnte vielleicht ganz gut sein. Und hier haben wir noch eine Probe. Chemikalien-Schutzanzug. Nehmen wir auch mal mit. Auch mal vielleicht. Blutpaket. Immer her damit. Da unten steht auch noch irgendwas Interessantes. Was haben wir da? Vakuumröhre brauchen wir bestimmt. Staubwedel. Was haben wir hier? Bügeleisen. Was haben wir hier drüben noch? Da sehe ich noch schmutziges Wasser. Aluminiumdose. Blechdose. Die Metallkiste ist leer. Da wir jetzt das Zeug haben, probiere ich jetzt mal, was passiert, wenn wir diese Probe da reinhauen. Was passiert denn jetzt? So. zugeführte Redaktanten scannen. Aktuell. Lyciomodrit und Salzsäure. Okay. Geladene Herstellungsroutine ausfüllen. Gucken, was passiert. Aktuell ist gerade keine. Bitte Herstellungsparameter prüfen. Okay, wir brauchen noch was. Das ist jetzt ein Rätsel. Ich glaube, Gold brauchen wir auf alle Fälle noch. Schauen wir uns mal weiter um. Hier wird es radioaktiv gerade. Du musst mal ein bisschen aufpassen. Steht da einfach oben drauf. So, was haben wir hier? Holzlöffel. Und hier haben wir wieder... Okay, jetzt müssen wir auf alle Fälle aufpassen. Nicht, dass wir hier... So, was haben wir denn hier? Entsperren. Das Schal kriegen wir noch hin. Auf jeden Fall sehr interessant hier gerade, was hier abläuft. Das muss ich echt zugeben. So, wieder mal Fist. Klingt doch irgendwie lustig. Aber das wird es wohl nicht sein. Äh, 3? Nee. Null Treffer. Track, Fetch, Teeth. Versuchen wir es mal mit Cards. Oh, Cards, 3 Treffer. Wie schön. Benutzer Mary Goodman. Mary... Mary Goodman? Ist ja lustig. Interner Mail-Transfer. Ähm. Abgeriegelter Status. Abgeriegelungsstatus. So, es sollte sich erst einmal alle beruhigen. Ja, ihr habt Mrs. Sicher schon gehört. Ich habe euch aus dem Rheinraum ausgesperrt. Wie ich in meiner vorigen E-Mail bereits geschrieben habe, ist diese Mary zur Bedienung des Projekts verpflichtend. Sobald ich die Daten für einen funktionierenden Prototyp habe, werde ich die Türen wieder entriegeln und alle können nach Hause gehen. Was den Lärm da draußen angeht, das sind die militärischen Übungen, die ich erwähnt hatte. Ich weiß, dass sie sehr laut sind und einige von euch verstört haben. Ich versichere euch, alles ist in Ordnung. Wir befinden uns nicht offiziell im Krieg mit China. Aber die Lage ist angespannt und das Militär glaubt, solche Manöver für Bodentruppen nötig für unsere Sicherheit sind. Das Projekt hier zu beenden, ist nicht nur entscheidend für unsere Firma. Wir helfen damit, auch unser Land zu schützen. Direktor Elwood. Und die Verpflichtung in Überstunden, die hatten wir ja schon. Hier erinnert euch. Die brauchen wir nicht nochmal lesen. Irgendwas ist hier vorne radioaktiv. Da vorne sieht man es. Da müssen wir uns echt ein bisschen von fern halten. Hier gab es mal Sicherheitsrobos. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Hier ist einfach wieder so eine komische Tafel. Was haben wir hier? Eine Lupe. Nehmen wir mal mit. Komm, was ist das da? Einen Spüllab. Einen Spüllab brauchen wir jetzt nicht wirklich. Das war wohl mal eine Frau, oder? Auf jeden Fall hat es die Kronkorken dabei. Nehmen wir mit. So, gehen wir mal weiter. Nächster Raum. Spielzeugauto. Nehmen wir mit. Was haben wir denn hier Feines? Hier gibt es einmal einen Zollstock. Den werden wir aber nicht brauchen. Knochenfräse. Oh. Ein Bilderbuch. Und erledigt diesen wilden Ghoul. Kronkorken. Noch mehr Kronkorken. Was haben wir hier? Mentats. Hallo, Hundilein. Was haben wir hier? Terpentine. Immer gut. Da ist noch ein Stimpack. Was ist denn netter? Oh, wir haben eine Laborstation. Hier können wir was herstellen. Granat könnten wir herstellen. Heilung können wir herstellen. Minen können wir nicht herstellen. Aber erstmal Heilung. Radoway und Stimpack. Stimpack stellen wir erstmal her. Zack. Und schon können wir nichts mehr herstellen hier. Wie sieht es hier aus? Drogen. Wie immer ohne Ende. Psychobuff. Egal. Der Rest lassen wir einfach mal verlassen. Das Labor mal benutzt. So, was haben wir hier noch? In diesem Raum. Vertritt sich. Und da haben wir... Und die identifizierte Probe 49. Also, das wird lustig, glaube ich. Was haben wir hier? Rattengift. So, hier ist aber sonst, glaube ich, nichts mehr. Okay. Kommt man da... Ich probiere gerade mal eben, ob man da irgendwie drüber kommt. Wenn nicht, dann auch Latten. Aber wobei... Scheißegal. Wir gehen jetzt erstmal nach unten wieder. Okay. Hier kommen wir... Ah, hier kommen wir durch. Hier gibt es vielleicht auch noch Proben. Da ist noch eine Probe. Oder? Äh, welche... Au! Das haben wir jetzt halt so gut getroffen. Und jetzt... So. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und gib ihm. Arm ab. Und volle Lotte in den Bauch. Und damit ist Ruhe hier. Oh, noch einer. Den hat es auch erledigt. Der hat eine Blechdose dabei. Heidewitzka sage ich dazu nur. So. Dann nehmen wir mal... Hallo. Ich will hier... Die Flasche mitnehmen. So. Eine weitere Probe. Okay. Jetzt haben wir drei verschiedene Proben. Äh, vier verschiedene Proben sogar. Da müssen wir jetzt irgendwas mit anstellen. Gleich. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hinkriegen. Oh Mann, oh Mann, das wird interessant auf alle Fälle. Und hier haben wir... Ein Terminal. Wieder mal können wir hier irgendwie... Areas bringt uns nicht weiter. Laser vielleicht. Zweiteffer. Arrows. Arrows. Auch nicht. Na toll. Ganz leichte Radioaktivität hier. Oh, da haben wir noch was. Noch eine Probe. Oh Mann, oh Mann. Ich habe die Befürchtung... Die Forschung hier abzuschließen, wird ein reiner Spaß. So, probieren wir es noch mal. Turns. Eintreffer. Na toll. Gangs. Halt. Bin durch. Ah, wunderbar. Was können wir hier machen? Sicherheitszusteuung. Okay. Kann ich jetzt öffnen. Ich weiß natürlich nicht, ob das eine gute Idee war. Oh, was ist denn das? Hier, bitteschön. Auf jeden Fall extrem radioaktiv da drin. Leuchten da. Moment mal eben. Bevor der da rauskommt. Ich würde sagen. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah. Boah. Boah, das war keine gute Idee. Türe schließen. Ist der rausgekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal nicht und ich gucke jetzt mal, wie ich mit den Isotopen klarkomme. Hi, 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 hi. So, ich, äh, die Salzsäure entnehme ich gerade mal. Genauso wie das da auch. So, jetzt können wir hier platzieren. Wir haben Lysium und Ibript nichts zu tun. Wir hätten hier noch die Probe und... und dann haben wir noch die Probe erst mal aktuelle Herstungsparameter überprüfen wir hätten in die sie um die dritte und Gold gut wir haben als Gold das ist schon mal viel wert Gold werden können wir mal drin lassen und Arnie 20 für die Fehler gemacht habe her die sie mir liebt und brauchen müssen und Gold auf alle Fälle k okay ah jetzt halt das muss ich machen wir hätten hier Tungsten und Gallium na dann und dann haben wir noch einen Platz und zwar das da hätten wir noch ah wie ich ausführe und scannen so Kobalt oh man kennt sich jemand zu wie aus ich probiere jetzt einfach mal was ich tue einfach mal Gallium rein und Salzsäure und hier drüben packe ich einfach mal diese Drohprobe einfügen okay da brauchen wir noch irgendwas und dafür müssen wir da rein schätze ich mal na super sprich wir müssen auf alle Fälle da rein und ähm das allererste was ich mache ist erst einmal Rat Away nutzen ja ihr merkt schon also hier haben wir einiges zu tun gerade also das ist schon huha sprich wir müssen da rein wir brauchen dieses Isotop und dafür müssen wir den erstmal vernichten also ich würde sagen erstmal kurz hier rein ich habe keine Ahnung wie wir den am besten kalt machen jetzt gleich ähm wir brauchen Inventar ich wollte noch kurz Rat Away reinpfeifen äh Hilfsmittel so können wir mal eben kurz was knabbern und dann müssen wir nämlich da rein also das ganze noch einmal legen wir mal die Waffe jetzt an wieder ärgert mich natürlich einfach mal rein halten in diese Suppe einfach mal rein halten in diese Suppe wir verbrauchen soviel Schuss an diesem Drecksvieh wir verbrauchen soviel Schuss an diesem Drecksvieh mal eine Waffe aber kommen wir jetzt nicht drum rum wenn wir das so abschließen wollen wie wir es vorhaben oh komm her mein Freund sie verstecken sich tatsächlich wie viel Schuss braucht immer denn für den sind wir schon fast leer mit der Waffe gefällt mir gar nicht so der wäre erledigt aber wir nehmen jetzt mal eben kurz ein Rat Away würde ich sagen bevor wir da reingehen so und dann rein da in die guten Laden schütze Scheiß drauf machen wir uns da etwas durch soviel Rad hier verstrahltes Blut so mehr gibt es hier irgendwie nicht ich hatte gedacht so dann bin ich hier raus das schnellstmöglich und jetzt mal eben ganz schnell Rat Away nehmen ganz wichtig so dann laden wir dazu machen so komm Sicherheitssteuerung Tür schließen so das hätten wir äh nein jetzt nicht weiter so nun aber werde ich mal eben kurz schnell speichern einfach weil ich das Ding ja jetzt hier benutzen muss jetzt müssen wir gucken ich nehme jetzt mal die Salzsäure mit ich nehme das Gallium mit wir brauchen also Gold und Lysiumhydrid aber wir haben kein Gold erstmal nichts tun ich das können wir schon mal da rein tun aber das brauchen wir noch Gold ich schaue nochmal ob ich hier irgendwo Gold finde weil Gold ist das was uns fehlt oder ansonsten nimmts mal Gallium ich glaube das ist irgendwie sowas ich bin mir da zwar nicht ganz sicher ich kenne mich da nämlich jetzt in der Chemie nicht so sonderlich gut aus wenn es falsch ist dann sei es mir verziehen deswegen haben wir ja schnell gespeichert vorher wie gesagt ich schaue jetzt noch mal eben ganz kurz überall durch nach oben oben haben wir vielleicht noch was ich schaue nochmal eben nicht dass wir was übersehen haben wäre es nämlich nicht so geil da ist nichts mehr hier gibt es nur noch ein Boston Bugle da gibt es auch nichts da auch nicht hier waren wir aber noch nicht drin das schaffe ich nicht zu hängen okay das wäre wohl der Weg anderweitig nach draußen zumindest ist da auch noch ein Terminal hoppala bin jetzt ein bisschen überfragt ja gut dann aber das ärgert mich jetzt nicht also da drinnen im Ding ist aber nichts mehr hier steht auch nichts mehr rum zumindest sehe ich nichts ich probiere es jetzt einfach drauf geschissen ähm versuchen wir es mal mit Gallium so mal schauen was passiert ähm Systemfehler ja wir brauchen Gold Ergebnis aus Metallform 2 1 aufbringen Bestrahlungsmuster Nummer 7 1 7 6 2 starten Isotop Lochgroße wir brauchen Gold aber wo gibt es Gold wir haben ja kein Gold das ist doch scheiße raus kommen wir nicht hier kommt eine wo ist denn dieser Goldkanister wir haben alle möglichen Scheiß aber kein Gold hm wo haben wir was übersehen irgendwo irgendwo muss doch dieser irgendwo muss doch dieser Kanister sein ja da kommt jetzt eh nicht weiter gehen wir nochmal nach oben es macht am meisten Sinn dass wir hier was übersehen haben vielleicht vielleicht hier hinten in der Ecke was haben wir da Mentats können wir auch noch mitnehmen Bügeleisen hm ich habe jetzt auch nirgends gelesen wo die das Zeug vielleicht hingetan haben also das Gold wo die das vielleicht äh hm bleibt mir eigentlich nur eine Möglichkeit jetzt gerade ich schau nochmal eben kurz hier da haben wir noch eine Sauerstoffflasche da oben steht nix da liegt nix ne was ist der da Spüler na dann hier in dem Regal steht auch nichts dort auch nicht dort auch nicht ich habe jetzt nur noch eine einzige Alternative und das ist dieser Weg hier entlang da geht es irgendwie nicht weiter ähm so kommen wir nicht weiter äh doch gut geh weg da ich habe keine Ahnung wo wir jetzt hier hinkommen werden ich lauf einfach mal ah und wir kommen hier hinein ua nein 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 oh shit oh 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 das Falle ey verarsch mich nicht fuck 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 okay das ist jetzt relativ uncool ua gut wir sind also hier drin und äh ich würde sagen ich glaube hier haben wir den letzten diese Probe und mit der werden wir uns Passwort für radioaktive Eindämmung bitte was, das sah aus wie ein Holoband das werden wir uns in der nächsten Folge anhören denn wir sind jetzt hier schon lange überzogen und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir dieses Rätsel hier endlich lösen, davon gehe ich mal schwer aus, also bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier in der Forschungsstation was auch immer am Ende hierbei rumkommt, wir werden es sehen auf alle Fälle sehen wir uns dann wieder hier bei Fallout 4 vielen Dank und bis zum nächsten Mal